Wasser ist mehr als nur eine physikalische Substanz. Es ist ein bestimmtes Konzept und das Konzept ist in besonderer Weise mit der Idee des Lebens verbunden. Die Forschung von Masaru Emoto zeigt, dass menschliche Schwingungsenergie, Gedanken, Worte, Ideen und Musik die molekulare Struktur von Wasser beeinflussen. Das gleiche Wasser, das über 70% eines reifen menschlichen Körpers ausmacht und die gleiche Menge unseres Planeten bedeckt. Wir untersuchen hier eine Serie von Fotografien der Arbeit des japanischen Forschers Masaru Emoto aus seinem Buch Die Botschaft des Wassers. Die Arbeit von Mr. Emoto liefert sachliche Beweise dafür, dass die Gedanken der menschlichen Schwingungsenergie, Worte, Ideen und Musik die molekulare Struktur des Wassers beeinflussen. Bitte denken Sie daran, dass Wasser über 70% eines reifen menschlichen Körpers ausmacht und dieselbe Menge unseren Planeten bedeckt. Wasser ist die eigentliche Quelle unseres Lebens. Dieses Foto zeigt das wunderschön geformte geometrische Design des Quellwassers. Dieses nächste Foto stammt aus dem Shimanto River, die letzte saubere Quelle in Japan. Beachten Sie die außergewöhnlichen geometrischen Formen und die Tatsache, dass die molekulare Struktur des Wassers durch unser Bewusstsein beeinflusst werden kann. Unsere Geräusche sind extrem wichtig. Dieses Foto ist vom Mount Cook Gletscher in Neuseeland. Herr Emoto hat diese molekularen Veränderungen im Wasser mit Hilfe seiner fotografischen Techniken visuell dokumentiert. Er friert Wassertropfen ein und untersucht sie dann unter einem Dunkelfelltenkoskop mit fotografischen Fähigkeiten. Seine Arbeit zeigt deutlich die Vielfalt von der molekularen Struktur des Wassers und Auswirkungen der Umwelt auf die Struktur des Wassers. Dieses Foto ist vom Brunnen in Lourdes in Frankreich. Dieses Foto ist aus kontaminiertem Wasser vom Yodo River in Japan. Auf diesem Foto können wir kontaminiertes Wasser mit sauberem Quellwasser vergleichen und den Unterschied sehen. Herr Emoto wollte nun sehen, welche Auswirkungen Musik auf die Struktur des Wassers hätte. Er stellte destilliertes Wasser für mehrere Stunden zwischen zwei Lautsprecher und spielte dabei verschiedene Musik ab. Dann fotografierte er die Kristalle, die sich in dem Wasser bildeten, nachdem sie gefroren waren. Dieses Foto ist von Wasser, das Beethovens Pastorale ausgesetzt war. Dieses Foto ist die Wirkung von Johann Sebastian Bachs Air in D-Dur auf das Wasser. In diesem Foto war das Wasser Chopin's Farewell Walls ausgesetzt. Bei dem nächsten Foto haben wir Wasser, das Musik ausgesetzt war, die für Heilung entwickelt wurde. Das Foto zeigt Wasser, das Carvacci, Volkstanz, ausgesetzt war. Dieses Foto zeigt die Wirkung von Heavy Metal Musik auf das Wasser. Hier können wir jetzt die Auswirkungen vergleichen von Heilung gegenüber Heavy Metal Musik und was passiert mit den Wassermolekülen. Der Remoto wollte auch sehen, wie Gedanken und Worte die unbehandelten, destillierten Wasserkristalle beeinflussten, von Worten, die auf Papier geschrieben waren und dann über Nacht auf Glasflaschen geklebt waren. Dieses Foto zeigt die Auswirkungen des Wortes Danke. Dieses nächste Foto zeigt die Auswirkungen der Worte Liebe und Wertschätzung. Dieses Foto zeigt die Auswirkungen der Worte Du machst mich krank, ich werde dich töten. Und hier können wir die Auswirkungen von Danke vergleichen mit Du machst mich krank, ich werde dich töten. Hammerkrass! Sehr, sehr unterschiedliche geometrische Formen entstehen durch diese Absichten. Jetzt haben wir hier dieses Foto von einem sehr verschmutzten und giftigen Wasser aus dem Futschivara-Damm. Hier ist das gleiche Wasser aus dem Futschivara-Damm, nachdem ein buddhistischer Mönch ein Gebet darüber gesprochen hat. Gebet mit einer guten Absicht scheint eine außergewöhnliche Fähigkeit zu haben, harmonische geometrische Symmetrie in natürlichem Wasser wiederherzustellen. Auf diesem Foto können wir die Wasser vergleichen, links das Wasser vor dem Gebet und dann rechts die Auswirkungen des Betens über dem Wasser. Es ist wirklich beeindruckend. Diese Fotos zeigen Beweise, dass nicht nur unser Tun die Fähigkeit hat, das Wasser zu beeinflussen und Änderung der physikalischen Struktur zu bewirken, sondern in Bezug auf die molekulare Struktur von Wasser ist auch unsere Absicht äußerst wichtig, die sich im Klang widerspiegelt. Dies kann eine große Bedeutung für die Zukunft haben, sowohl persönlich für Heilung als auch für die planetarische Harmonie. Wie es scheint, speichert Wasser nicht nur Emotionen, sondern auch Informationen. Dies hat auch Bedeutung für unser eigenes Körperwasser und für die Zukunft unserer eigenen Gesundheit. inquisieren Beweise, um ihm zuerst kommen. funktionieren Beweise, um ihm zuerst weg ein Gewissereicht sich,